Herren oder Damen, alle dürfen sich bei uns wohlfühlen. Wir nehmen uns Zeit für Sie. Ob Barbpflege, Strähnentechniken, Balayage, Olaplexbehandlung oder Augenbrauendesign. Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie mit Styling und Pflegetipps für zu Hause. Ein Highlight sind unsere Echthaar-Extensions. Glens Hair ist ein umweltbewusster Salon. Wir arbeiten im Pflege- und Stylingbereich mit Marken, die sehr umweltbewusst und frei von Tierversuchen sind. Kommen Sie gerne vorbei. Wir freuen uns auf Sie.